Rosenweibel hat 100 Schnipprosensorten und 500 Pflanzenrosensorten. Die Vielfalt ist ein Erfolgsrezept vom Garmarkt. Da kann man einfach gut einkaufen, arbeiten und wohnen. Es ist ein gutes Leben hier. Die Vielfalt ist ein Ettlich, ein Erfolgsrezept vom Garmarkt. Die müssen die Ausbildung auf dem Garmarkt werden. Die Dichter werden die Ausbildung auf dem Garmarkt verlinkt. Die Dichter werden die Ausbildung auf dem Garmarkt verlinkt. Bis zum nächsten Mal.